Garten und Lebensfreuden. Der Staatspark in Hanau-Wilhelmsbad hat am gestrigen Donnerstag seine Pforten für das jährliche Gartenfest geöffnet. Und weil das Wetter auch mitspielte, kamen viele Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet sowie der Umgebung, um sich im historischen Park Schönes für Heim und Garten anzusehen und Gestaltungsideen zu holen. Die Gartenfeste boomt mit Sicherheit momentan so, da die Leute sich nach einem Tag Urlaub oder Erholung sehnen. Das probieren wir hier auch gerade auf unserer Veranstaltung in Wilhelmsbad zu vermitteln, eine Außergewöhnlichkeit zu schaffen, einen gewissen Eventcharakter darzustellen. Also es ist keine reine Verkaufs- und Informationsveranstaltung, sondern das soll auch für die ganze Familie ein besonderer Ausflug sein. Das Gartenfest im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad ist noch am Samstag und Sonntag geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene.